hallo ihr lieben und herzlich willkommen zum heilpflanzen a bis z heut zum buchstaben q da sind mir tatsächlich mehrere pflanzen eingefallen gewählt habe ich am ende den quendel der quendel steht gern warm sonnig eher auf trockenen oder steinigen untergründen und ist auch eher im süden von deutschland bzw europa zu finden er kommt auch durchaus in gebirgslagen vor vom quendel gibt es 20 unterarten je nach standort erst eher kleinwüchsig und wird in etwa so zehn zentimeter hoch der quendel gilt als altes heilkraut auf lateinisch heißt er thymus serpilum er ist quasi der kleine bruder des thymian deswegen wird er unter anderem auch bergthymian feldthymian oder sandthymian genannt auch marienkraut und viele weitere volkstümliche namen gibt es zum quendel der quendel enthält viele gute ätherische öle aber auch bitterstoffe und gerbstoffe er ist besonders aromatisch und ein beliebtes wirtskraut in der mediterranen küche der quendel blüht rosa bis purpurrot von in etwa mai bis august und das ist auch die beste sammelzeit für dieses heilkraut der quendel hat eine uralte tradition als heilkraut und heilpflanze schon in der antike hat ihn plinius sekundus erwähnt 200 vor christus hat er ihn schon serpillus genannt was seinen heutigen artenname ausmacht damals war der quendel teil eines heiltrankes der gegen gifte schützen sollte es gibt auch nachweise dass im altertum besonders auf sizilien der quendel gemeinsam mit rosen als opfergabe an die liebesgöttin dargebracht wurde auch die germanen haben den quendel ihrer großen göttin freya gewidmet im mittelalter hat man den quendel auch marienkraut oder marienbettstroh genannt das zeigt an dass er in dieser zeit besonders als kraut der frauenheilkunde benutzt wurde im volksglauben wurde der quendel sogar zur dämonenabwehr genutzt aber auch um unwetter und böse geister vom haus fernzuhalten dazu hat man natürlich grenze geflochten aus dem quendel auch hildegard von bing erwähnt schon den quenula und meint damit den quendel sie beschreibt in ihren werken bereits den einsatz von quendel bei haut erkrankungen sie sagt dass haut erkrankungen die durch krankes fleisch herrühren wunderbar mit dem quendel behandelt werden können die wirkungsweisen des quendel sorgen laut hildegard von bing dafür dass man von innen heraus geheilt und gereinigt wird und deswegen die haut auch heilen kann sie empfiehlt den quendel mit fleisch oder gemüse eine weile mit zu kochen und regelmäßig mit der nahrung zu sich zu nehmen der quendel kann aber auch frisch oder getrocknet gesammelt werden da nimmt man einfach den oberörtlichen teil der pflanze einfach den stängel mit blättern und blüten am besten wie gesagt in der blütezeit und kann den quendel auch frisch oder getrocknet benutzen natürlich auch als teekraut ebenso wie den thymian kann man ihm wunderbar in teemischung hinzufügen und je nach beschwerden auch noch mal mit speziellen kräutern kombinieren als tee angewandt ist der quendel besonders empfohlen bei atemwegserkrankungen besonders bei husten und erkältung denn er fördert das abhusten auch bei verdauungsproblemen und magenkrämpfen ist der quendel schon lange im einsatz und besonders auch bei frauenleiden wie menstruationsproblemen wurde der quendel eingesetzt ich habe hier alte teerezepte gefunden bei erkältung war damals empfohlen den quendel gemeinsam mit malve und basilikum als tee zu trinken und für wechseljahresbeschwerden habe ich gefunden dass man den quendel halbe halbe mit scharfgabe als teekraut benutzt der quendel kann nicht nur eingenommen als tee oder mit unseren speisen gut helfen sondern er kann auch zur äußerlichen anwendung genutzt werden zum beispiel als badezusatz umschläge oder für waschungen kann man natürlich auch einen starken quendel tee ansetzen man kann aber auch eine tinktur aus dem quendel herstellen oder ein quendel öl und da dann wieder eine quendel salbe daraus herstellen sowas gibt es aber natürlich auch im handel zu erwerben besonders bei hautausschlägen bei akne bei neurodermitis und hautentzündung kann der quendel äußerlich angewandt richtig gut helfen auch bei wunden quetschung und prellung kann man den quendel einsetzen vielleicht habt ihr ja quendel in eurer nähe auch wild wachsen da kann man durchaus mal auf kräuterwanderung gehen ob man solche schätzchen wie den quendel in seiner umgebung entdecken kann den quendel kann man natürlich genauso wie den thymian in den eigenen gärten holen oder auch in den balkonkasten oder in den blumentopf ich hoffe auch heute war wieder etwas interessantes und neues für euch dabei morgen kommt eine heilpflanze mit dem buchstaben r habt bis dahin einen wunderschönen tag ihr lieben tschüss jetzt 3. Vielen Dank.